ich bin wieder am kochen heute ich verrate es noch nicht was es ist meine frau kann mal kurz rein halten jetzt habe ich noch den speck gewürfelt der kommt jetzt auch noch rein so karten schinken bis gleich die suppe ist jetzt fertig hat ein bisschen gedauert weil die erbsen waren eingelegt und so weiter wie man es früher so gemacht hat mit wasser und das andere nämlich der schwiegermutter morgen noch mit da fahren wir hin da essen wir noch mal zusammen dann schmeckt der eintopf richtig einen wunderschönen sonntag für euch wünscht euch euer super badmann und seine super badfrau macht's gut meine lieben bis demnächst so 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 so